Einen Jungwein sollte man womöglich im ersten Jahr trinken und wenn man ihn dann dekantiert, nützt es auch nichts mehr, denn der Wein ist sowieso eigentlich nicht mehr trinkbar und deswegen nützt auch jetzt nichts, wenn da ein bisschen Luft dazukommt, der Wein ist nicht mehr zu retten. Und für Genießer des Weins, Grausel.